Hi Leute, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy und ich zeige euch heute, wie ihr die Trophäe Herausforderung angenommen erhalten habt und alle Geheimnisse von Hogwarts löst. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen hoch oder auch ein Abo da, wenn es euch gefällt oder macht es wie 95% der User und macht das einfach nicht. Ja, wir starten durch, indem wir die Karte aufmachen und gucken uns hier erstmal an, wo wir hier hin müssen. Wir müssen nämlich hier über diese Brücke drüber, da müssen wir einmal hin und deswegen sucht euch am besten erstmal einen Checkpoint, der hier irgendwo in der Nähe ist, zum Beispiel Haupthalle wäre ein guter Checkpoint und dann gehen wir einmal hier auf die Brücke drauf. Ja, auf der Brücke ist es so, dass wir hier verschiedene Kessel haben, die eine Flamme anhaben. Da sind vier Stück insgesamt und alle müssen wir erstmal entflammen, damit wir das erste Geheimnis von Hogwarts lösen können. Also gehen wir erstmal hin, setzen überall die Flamme rein und ihr habt eben schon gesehen, den Kessel kann man dann drehen, also diese Feuerschalen. Ja, darunter sind immer solche Symbole und jetzt ist natürlich die Frage, wie muss man das drehen, um diese Kessel zu entziffern. Ja, da schauen wir uns mal hier um, denn hier auf dem Boden gibt es eine Symbolik, die uns zeigt, wie wir das am besten machen. Ich habe mich hier erstmal umgeguckt, habe erstmal nichts gefunden, aber hier hinten, also ganz am Anfang quasi, da ist ein Symbol auf dem Boden und das zeigt einem genau, was man einstellen muss. Hier sehen wir das, hier ist das Symbol und da zeigt es immer verschiedene Zahlen für ein Symbol. Jetzt gilt es darum, die Feuerschalen so zu drehen, dass die Symbole halt angezeigt werden. Hier drehen wir das jetzt rum auf die 2, dann gehen wir hier rüber, drehen das hier auf die 4, so wie es da aussieht. Genau, und dann machen wir das hier, drehen das hier einmal auf die 4 und die restlichen Symbole müssen wir dann natürlich auch noch einstellen. Also drehen wir das hier einmal zunächst auf die 4, gucken wieder, was sind die anderen zwei Symbole. Die haben wir jetzt noch offen, das ist die 1 und die 3 und da gehen wir einmal nach hinten und tun hier noch die 1 und die 3 rein. So, dann machen wir das hier, drehen wir einmal hier, das ist die 3, beim anderen war schon die 1 und zack, öffnet sich hier so ein Geheimgang und schon haben wir das erste Geheimnis von Hogwarts gelöst. Da können wir dann runter gehen und einen schönen Loot abstauben, da gibt es nämlich eine schöne dicke Kiste, schnappt euch die einfach, klettert hier runter und dann könnt ihr euch die Sachen entsprechend einsammeln. Ja, einmal Reveglio würde ich hier empfehlen und ihr macht das schon, viel gibt es jetzt hier nicht mehr zu erfahren, einfach das hier alles einsammeln. Gehen wir zum zweiten Geheimnis über und zwar findet ihr das im Glockenturm. Ja, im Glockenturm, ich habe euch da ja schon mal gesagt, wie man das Pendel anhält, es geht aber generell noch weiter, weil man muss insgesamt 4 von diesen Metalltüren öffnen, um das Geheimnis von Hogwarts zu lösen. Ja, die erste Metalltür ist hier unten, die habt ihr ja schon gesehen, da hinten ist die eigentlich, die ist jetzt bei mir aktuell schon offen, ist aber nicht schlimm. Ihr müsst das Pendel bei der ersten Metalltür ganz auf der linken Seite festhalten, wir nehmen also unseren Erfrierungszauber, schießen das einmal ab, wenn das auf der ganz linken Seite ist. Dadurch geht hier hinten dann die Tür auf und ja, da können wir das Pendel dann einfrieren. Ihr seht, dass hier oben sind so Symbole an dem Pendel und wenn das jetzt hier ganz links steht, geht hier hinten die erste Tür auf. Da sind jetzt noch drei weitere Symbole, das heißt, wir müssen einmal alle drei Symbole hinzufügen, damit wir hier überall die Kisten abstauben können. Und wenn wir alle vier Türen geöffnet haben, dann geht es halt weiter. Ja, ich zeige euch jetzt, wo die vier Türen sind. Die erste haben wir, die ist komplett hier unten, das ist eigentlich erstmal kein Problem. Dann gehen wir hier oben durch, brauchen da glaube ich schon Schnussklacken, Stufe 1, gehen hier einmal durch und können hier im hinteren Bereich noch eine Tür finden. Die hat dieses Symbol, wie gesagt, wir müssen alle vier Türen öffnen, um das Geheimnis von Hogwarts zu bekommen. Gehen wir also hier hin, können hier einen Feuerzauber drauf machen, damit das wieder auftaut. Und ja, das Pendel geht jetzt wieder, wir müssen das hier auf das zweite Symbol festhalten. Das machen wir einmal wieder mit unserem Vereisungszauber. Unglücklicherweise habe ich hier einfach das Geländer vereist, ist aber nicht schlimm, wir probieren es jetzt gleich nochmal. Pendel bleibt also dort stehen, Tür hinten geht auf und wir können uns dann hier erstmal den Loot abstauen. Gehen wir hier rein, da haben wir so eine Kiste mit zum Auge. Müsst ihr natürlich Unsichtbarkeit anmachen, um diese Kiste zu holen, das machen wir auch eben mal kurz, damit ihr das normale seht. Aber ich denke, den meisten Leuten sollte das auf jeden Fall schon bekannt sein, dass wir hier den Unsichtbarkeitszauber nutzen. In den Kisten gibt es immer 500 Gold, deswegen, wenn ihr eine seht, auf jeden Fall immer mitnehmen. Ja, jetzt gehen wir weiter in den nächsten Bereich, gehen nämlich hier dann wieder hoch, eine Treppe weiter hoch und da können wir dann die nächste Gittertür öffnen und zwar hier in diesem Bereich. Ihr seht das hier schon, da hinten ist so eine, da ist das, wo man den Schlüssel quasi einsetzt. Man kann aber erstmal hier runter und können dann hier diese Eisentür. Da sehen wir die, die ist die nächste und dann halten wir natürlich einmal wieder auf dem Symbol an. Erstmal wieder Feuerzauber drauf, damit es weiterläuft. Hier auf dem Symbol anhalten und dann geht hier hinten wieder die Tür auf. Jo, dann fehlt uns quasi noch eine Tür. Gehen hier natürlich erstmal rein, looten, alles weg, was es so gibt und bekommen dann hier ein paar schöne Sachen. So, und dann gehen wir wieder raus aus der Tür und gucken uns dann nochmal um. Hier bei diesem Teil, das habt ihr eben schon gesehen, also auf der gleichen Etage sind wir jetzt hier. Gehen wir einmal nach oben und nochmal hoch, hier die Treppe entlang und dann ist hier eine Tür, die kann man schnell verpassen, wenn man hier durchrennt. Und hier ist dann eben die letzte Tür. Ja, das haben wir, heißt, da ist das letzte Türpendel. Dann gehen wir wieder runter und stoppen das Pendel auf dem letzten Abschnitt und frieren das dann entsprechend wieder ein. So, machen wir kurz einmal Feuerzauber drauf, damit es wieder läuft und hier auf dem Abschnitt dann einfrieren. Dann Treppe wieder hoch und hier durch die Tür und schon können wir auch die vierte Tür aufmachen und haben dann das zweite Geheimnis von Hogwarts gelöst. Zack, da oben taucht es wieder auf. Haben wir auch erledigt. Natürlich gibt es hier wieder eine schöne dicke Kiste und einen schönen Skin, den ihr dann benutzen könnt. Nicht identifizierter Gegenstand Kopf. In den Kisten sind eigentlich immer relativ starke Sachen, also checkt das auf jeden Fall mal ab. Schöne Aussicht haben wir hier auch noch und dann geht es direkt weiter zum nächsten. Ja, als nächstes gehen wir hier in den Trophäenraum, den sollte euch alle bekannt sein. Gibt es auch einen Checkpoint, wo wir uns hin teleportieren können in den Trophäenraum und dann rennen wir einmal komplett hier nach oben. Die ganze Treppe nach oben und es geht darum, diese Eisentür zu öffnen. Ich habe das schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber der Vollständigkeit halber packe ich es euch hier nochmal dazu, denn wir bekommen hier tatsächlich auch noch eine Trophäe, nämlich die Trophäe Schöne Aussicht. Und wenn wir das dann abschließen, bekommen wir eben noch die Trophäe Herausforderung angenommen. Es geht darum, durch diese Tür hier zu kommen und da brauchen wir einen speziellen Schlüssel, den wir hier reinpacken und können damit dann die letzte Tür öffnen und das dritte Geheimnis von Hogwarts lösen. Und somit bekommt ihr dann auch die Trophäe. Natürlich zeige ich euch jetzt, wie ihr den Schlüssel bekommt. Es ist so, dass ihr eigentlich relativ spät im Spielverlauf an den Schlüssel drankommt. Es gibt aber eine Methode, wo ihr das schon einfacher oder schneller machen könnt, bevor ihr überhaupt in die Quest reinkommt. Ja, wir machen hier die Tür auf und dahinter ist dann halt wieder so eine schöne Kiste. Und wenn wir die eingesammelt haben, haben wir alle Geheimnisse von Hogwarts gelöst. Ich zeige euch jetzt noch, wo ihr den Schlüssel findet. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ja, wir werfen erstmal einen Blick auf die Karte und gucken dann, wo wir hin müssen. Und zwar müssen wir erstmal in den Außenbereich, hier am besten irgendwo auf dem Quidditch-Welt oder Tierwesen, Unterrichtsraum. Da können wir auch hin. Hauptsache es ist in Hogwarts, aber außerhalb. Denn wir brauchen da einmal unseren Besen, schnappen uns den und fliegen dann hoch zu dem Turm. Da können wir erst ziemlich spät im Spielverlauf rein. Und ihr braucht eigentlich auch Schlösser knacken Stufe 3. Mit dem Trick, den ich euch jetzt hier zeige, geht es auf jeden Fall wesentlich früher, dass ihr da oben reinkommt. Vor allem braucht ihr aber trotzdem Schlösser knacken Stufe 3. Ihr müsst also alle Demi-Guys eingesammelt haben. Ich verlinke euch dazu nochmal in der Beschreibung ein Video, das euch alle Demi-Guys zeigt. Alle Fundorte und dann könnt ihr die einsammeln, sobald ihr den Besen habt. Ja, auf jeden Fall fliegen wir hier hoch zum höchsten Gebäude von Hogwarts und hier kann man dann so ein bisschen so drüber glitschen auf dem Balkon. Es ist etwas tricky, muss ich sagen, weil normal ist es dafür nicht gedacht, dass der Besen da hochkommt. Kann natürlich sein, dass es irgendwann noch patchen, aber generell hat das bei mir immer ganz gut funktioniert, hier hochzukommen. Es ist ein bisschen Arbeit, aber irgendwann kommt man dann hier auf diesem Balkon hoch. Am besten immer hier hinten rechts in der Ecke quasi versuchen hochzukommen, da geht der Besen automatisch schon ein bisschen höher und dann hier versuchen irgendwie zu landen. Das funktioniert dann auch irgendwann und dann seid ihr hier auf der Etage. Hier könnt ihr jetzt natürlich erstmal alle Türen öffnen, aber das Ding ist, wir müssen hier die Treppe hochgehen, diese Steintreppe. Und hier müssen wir dann Schlossknacken Stufe 3 verwenden, deswegen sage ich, das brauchen wir auf jeden Fall. Ihr müsst also schon mal einen Haufen Demi-Guys gesammelt haben, damit ihr Schlossknacken Stufe 3 habt. Wie gesagt, aber kein Problem, ich verlinke euch das in der Beschreibung, da gibt es dann noch ein genaues Video bei mir im Kanal und dann könnt ihr die ganz easy holen. Ja, macht dann hier die Tür auf und dann können wir hier einmal reingehen und dann bekommen wir gleich auch die Trophäe schöne Aussicht, nämlich genau wenn wir diesen Raum hier betreten. Und ja, hier gibt es dann auch den Schlüssel. Die schöne Aussicht haben wir hier, die Trophäe haben wir auch eingesammelt und jetzt nehmen wir noch den Schlüssel vom Schreibtisch mit. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen, denn damit können wir dann unterhalb wieder die Tür öffnen. Die vom Trophäenraum quasi geht die Treppe hier hoch und da ist war dann diese Metalltür. Ja, nehmen wir uns den Schlüssel einmal mit und schon haben wir das erledigt. Wir haben jetzt alle drei Geheimnisse von Hogwarts gelöst, bekommen dafür die Trophäe, bekommen natürlich nochmal ordentlich Experience Points, paar Skins, bisschen Loot. Und ja, Freunde, würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Däumchen hoch oder ein Abo dalässt, dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Guide und ich sage noch viel Spaß bei Hogwarts Legacy.